Nein, sehr gut auf Abseits gespielt. Leider hat der Linienrichter nicht mitgespielt. Die Vereinsbrilleleff grüßen. Ja gut, aber lass den Gegner auch mal ein Tor schießen, oder? 10-1 ist auch was. Ja, eins, das langt jetzt aber auch. Die haben schon zwei, drei Torchancen gehabt. Mehr wollen wir nicht kassieren. Ja, aber lass es sich doch mal ein bisschen austoben. Lass sie auch mal am Ball kommen. Deshalb sitzen wir ja hier draußen. Wenn sie K.O. sind, dann kommen wir. Ich nehme dich beim Wort. Ich nehme dich beim Wort.